Bei It Takes Two wird Mimi Fiedler zu hören und zu sehen sein. Und ich muss sagen, kenn ich nicht. Guck mal nach, ZDF-Schauspielerin. Und wenn man denn als ZDF-Schauspielerin, wo man eigentlich sicher angestellt ist, bei so einer Sendung, bei so einem Trash-Kram von RTL mitmacht, denke ich mir immer so, läuft es etwa nicht? Ist man jetzt beim ZDF und ARD natürlich auch schon verbraucht, ist man da nicht mehr gewollt, ist man jetzt zu alt und versucht jetzt sozusagen in die Trash-Riege beim Privatfernsehen reinzukommen? Also, seriös ist was anderes, würde ich mal sagen. Aber naja, ich lasse mich mal überraschen. Vielleicht kann die Dame ja nett singen. Wird zwar auch keinen Karrieresprung dadurch geben, aber interessant wird es allemal sein.